Kürzlich habe ich einen Vortrag über Gen.AI gehalten in einem Kreis von, ja ich würde mal sagen, kleineren mittelständischen Unternehmen und ich über viel Anwendungspotenziale und Möglichkeiten für diese Unternehmen schon gesprochen habe und dachte, ich habe einen ganz tollen anwendungsorientierten Vortrag gehalten, aber tatsächlich die erste Frage, die nehme ich tatsächlich jetzt auch bewusst selbstkritisch auf, war dann, was ist eigentlich ein LLM? Und da dachte ich mir, okay, wir müssen doch nochmal ein bisschen über die Basics sprechen. Was ist ein LLM? Was sind Sprachmodelle? Was kann man damit tatsächlich auch tun? Vielleicht nochmal ein bisschen von den Basics kommen. Dazu habe ich heute einen Gast dabei, einen Mitarbeiter hier, einen Kollegen von mir am Institut, den Fabian Hanke, der genau über dieses Thema, wie man mit Sprachmodellen und Generative AI im Engineering tatsächlich Potenziale hebt und auch Umsetzungen machen kann und da freue ich mich auf das Gespräch. Hi Roman. Hallo Fabian, schön, dass du heute dabei bist und ich glaube, es ist auch nochmal eine spannende Geschichte hier, Doktorand und Doktorvater unterhalten sich, da darf man nur weiß ja auch nicht, ob wir es reinhören, aber ich glaube, das ist ein gutes Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Ich habe es gesagt, LLMs, das geht uns so locker von der Lippe und man hört das bei uns hier ständig überall in der Kaffeepause, in jedem Termin, aber was sind eigentlich LLMs? Wofür steht das und was ist es so aus der technologischen Sicht? Wie würdest du es beschreiben? Also genau, du hast ja schon gesagt, LLMs sind große Sprachmodelle, da sind üblicherweise tiefe neuronale Netze, da gibt es grundsätzlich auch unterschiedliche Architekturen, ganz häufig verwendet werden, Transformer-Architekturen. Auch GPT ist so einer davon, also ein generativer, vortrainierter, tiefes neuronales Netz mit Transformer-Architektur. Und was diese tun, ist vor allen Dingen, wir haben natürlich die Möglichkeit hier Wörter einzugeben und üblicherweise geht es darum, jetzt das höchstwahrscheinliche Wort anschließend zu prädizieren. Und das sind natürlich statistische Mechanismen, die durch Vortraining eingebracht werden und die große Besonderheit ist natürlich die Größe dieser Sprachmodelle. Wir haben also eine Vielzahl von Milliarden Parametern, die hier dafür verantwortlich sind, wie die Prädiktion des nächsten Wortes stattfindet. Also LLM, Large Language Model, also korrekt. Deutsch würde nur sagen, ein großes Sprachmodell. Richtig. Sinter ist GPT, ist eines der bekanntesten, durch JetGPT natürlich bekannt geworden, weil wir es irgendwie relativ einfach nutzen können. Was gibt das eigentlich für andere bekannte Sprachmodelle, die so ein, sagen wir mal, Umlauf sind, die man kennen sollte vielleicht? Das ist ganz gemischt. Meta hat natürlich ein großes, da haben wir das LAMA, das hat angefangen mit LAMA 2, das wurde dann weiterentwickelt durch Anwender von Stanford, daraus ist das Wikuna entstanden und dann wiederum weiter jetzt zum LAMA 3 und das sind vor allen Dingen auf Open-Source-Modelle. Da gibt es auch noch diverse andere Mixtralen, Mistralen sind aktuell, welche genutzt werden. Aber es wird natürlich dominiert auch von den kommerziellen Modellen. Also da haben wir Gemini durch Google. Natürlich wird LAMA auch durch Meta betrieben, ist aber jetzt eigentlich als Open-Source-Lösung verfügbar, kann man also auch On-Premise betreiben. Und natürlich das bekannteste und aktuell auch sehr beliebte, ja, GPT, von ChatGPT, beziehungsweise Open-AI. Jetzt hast du es schon gesagt, also Open-Source oder zum Teil bei LAMA ja auch die Gewichtungen bekannt dahinter. Das heißt, dass man wirklich verstehen kann, was in diesem Sprachmodell ist. Ich versuche das ja immer so zu erklären, so ein Sprachmodell, das ist im Prinzip, muss man sich das vorstellen wie so eine Person oder dass sich einfach alles gemerkt hat, was es jemals irgendwie zwischen die Finger bekommen hat, gelesen hat, gehört hat und das einfach nicht mehr vergisst und dann das auch noch in Verbindung setzen kann. Ja. Aber es ist vor allem das, was halt in den Sprachmodellen trainiert worden sind und das ist das Internet, viel Allgemeinwissen, womit diese Sprachmodelle erstmal zurechtkommen. Wenn ich jetzt ein Sprachmodell fragen würde, nehmen wir mal jetzt GPT, das haben wir wahrscheinlich auch schon ausprobiert, kannst du mir mal ein Auto entwickeln? Würde man da weit kommen? Ja genau, also du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Grundsätzlich werden die erstmal so auf Weltwissen trainiert, sage ich mal, haben also ein sehr, sehr gutes Allgemeinwissen über alle möglichen Themen, aber natürlich die Tiefe ist ein Problem dabei. Also wenn man ein Auto jetzt fragen würde, kannst du mir ein Auto entwickeln? Beziehungsweise man fängt ja vielleicht, wenn man so aus dem Engineering kommt, mit den Anforderungen an und lässt sich dann erstmal eine Liste an Anforderungen ausgeben. Die sind auf dem ersten Blick auch schon recht gut. Aber dann, wenn man jetzt tiefer reinguckt, stellt man fest, okay, das Modell schlägt vor, das Fahrzeug sollte vier Reifen haben. Das ist halt so ein kleines bisschen auch trivial, was man halt so im Allgemeinen weiß. Aber wenn man jetzt konkretere Fragen hat, zum Beispiel, in welchem Bereich sollte mein Thermoaggregat jetzt laufen? Also was brauchen wir da jetzt für Stromflüsse? Wie groß muss die Leistung sein? Etc. Etc. Das sind natürlich Unternehmensdaten und Informationen, die natürlich auch zu einem gewissen Grad ein streng gehütetes Geheimnis sind. Und gerade im Engineering haben wir das Problem, dass die Datengrundlage sehr beschränkt ist, dadurch, dass natürlich jedes Unternehmen das IP schützen möchte und natürlich dann auch nicht der Konkurrenz dann irgendwie zur Verfügung stellen. Meta oder OpenAI nicht das trainieren durfte. Genau. Das heißt, ich glaube, das müssen wir einmal so einordnen an der Stelle, weil ich merke immer, dass viele an dem Punkt schon Schwierigkeiten haben. Also auch viele in der Politik merke ich das auch immer wieder, die dann reinfordern, wir müssen OpenAI und den gleichen Konkurrenz machen. Also erstmal gibt es das Thema der Erstellung dieser allgemeingültigen Sprachmodelle. Ja. Da muss man erstmal so ein bisschen konzentrieren. Da ist der Zug ein bisschen abgefahren. Zumindest ist er schon deutlich unterwegs. Da sind tolle Sprachmodelle verfügbar. Sie sind ja zum Großteil kostenlos verfügbar. Also dafür kann man erst erstmal dankbar sein, dass die verfügbar sind und man kann sie nutzen. Und man muss jetzt ja auch nicht, wenn man sie nutzt, seine neuen Daten, die man vielleicht dafür eingeben möchte, den anderen zur Verfügung stellen. Sondern man kann es für sich benutzen. Vollkommen richtig. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man einmal festhält. Und jetzt kommt da, glaube ich, der spannende Punkt für die deutschen Unternehmen meiner Meinung nach. Was mache ich jetzt genau damit? Also das ist erstmal ja eine Technologie, diese Sprachmodelle. Ich nehme jetzt ein Lama 3 Modell als Beispiel. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann natürlich im ersten Schritt Prompt schreiben. Vollkommen richtig. Also der erste Schritt oder der besonders große Mehrwert ist vor allen Dingen in dieser ersten Lösung. Also wenn man sich an ein Thema annähert, von dem man vielleicht noch nicht eine allzu gute Vorstellung hat, wie es am Ende des Tages aussehen soll. Und da bekommt man häufig schon eine sehr gute 80-Prozent-Lösung, wie auch immer. Mit einem guten Prompt. Also da gibt es eine ganze Kommune, die einen trainieren möchte, wie man gute Prompte hat. Aber da ist ja was dran. Ja. Umso besser ich jetzt diese Anfrage an dieses Sprachmodell mache, umso mehr sucht dann diese Milliarden von gelehrten Parameter-Daten dann tatsächlich auch eine gute Lösung. Genau. Dann nennst du ja auch schon so ein bisschen das Prompt-Engineering geht ja auch schon in die Richtung. Und da gibt es ja auch Cheat-Sheets, alles Mögliche, wie man dann den optimalen Prompt verfasst. Vielleicht dann auch sogar strategisch vorgeht und sein großes Problem in Teilaufgabe zerlegt und dann diese einzelnen Teilaufgaben löst. Weil das natürlich tendenziell zu besseren Ergebnissen führt und die dann nachher wieder zusammen aggregiert. Ja. Zur Gesamtlösung. Und gerade da schafft man es natürlich extrem schnell erstmal so eine Grundlösung zu schaffen. Also allein bei einer E-Mail, das haben bestimmt ganz viele Leute schon ausprobiert. Hochzeitsreden habe ich auch schon. Hochzeitsreden. Wenn man sich früher halt, weiß ich nicht, stundenlangen Gedanken darüber gemacht hat, gibt man jetzt seine Bullet-Points ein, seine Liste an Stichworten und bekommt dann erstmal schon einen ersten Stand. Klar. Dann muss man halt hier nochmal überarbeiten, neu formulieren, vielleicht nochmal ein, zwei Sachen ändern. Aber das kann man ja auch in so einem Sparring mit einem Sprachmodell machen an der Stelle. Und kommt halt dann vielleicht nicht mehr in einer Stunde, sondern in zehn Minuten oder 15 Minuten zu seiner Lösung. Hat also hier schon mal eine Zeitreduktion um 75 Prozent an der Stelle. Und das ist der Mehrwert, den ich da aktuell sehe. dass man halt viel schneller gerade bei einfacheren Aufgaben zu Lösungen kommt und damit einfach die Effizienz in der Arbeit erhöhen kann. Ja. Jetzt haben wir über Prompts gesprochen. Ja. Wo die einzuordnen sind. Also tatsächlich die Abfrage an den bestehenden Modellen, die man hat. Jetzt kann aber sein, dass ich etwas eine Frage habe oder ein Problem, wo einfach wirklich keine Daten vorhanden sind dazu in diesem Sprachmodell. Weil es ein Weltmodell ist, weil ich wirklich sage, das ist etwas, was wir als Unternehmen machen und das haben nur wir, dieses Know-how. Wir wissen auch nicht genau, wo wir es haben, zumindest in den Köpfen der Leute. Aber es ist einfach auch noch nicht in diesem Sprachmodell drin. Wie würde ich denn dann vorgehen? Oder welche Optionen würde es denn dann geben, wenn ich sagen möchte, wäre schon cool, wenn ich das noch spezialisieren könnte auf meine Problemstellungen? Ja. Da gibt es natürlich so zwei Dimensionen, die man verfolgen kann. Einmal das übliche Fine-Tuning an der Stelle, wenn man hier vielleicht schon mal eine gute Datengrundlage hat und ganz, ganz hohe Ansprüche an die Ausgabequalität. Oder das Rack, also Retrieval Augmented Generation, wo man versucht, Unternehmenswissen mit einzubinden als Datenbank. Und um das jetzt mal so ein kleines bisschen voneinander abzugrenzen, bei dem Fine-Tuning erlernt man halt im Endeffekt ein neues Verhalten. Das heißt, dass die Gewichte des Modells werden nachtrainiert, neutrainiert. Dazu braucht man natürlich gelabelte Daten. Das heißt, wir haben irgendwie eine ideale Frage und ideale Antwort zum Beispiel. Können darüber zum Beispiel Klassifizierungen treffen, ähnliches. Also die ganz normalen Sprachverarbeitung. Absolut. Aber wenn du sagst ganz normal, das ist natürlich jetzt, würde ich mal sagen, für einen Mittelständler eine große Herausforderung, Fine-Tuning. Genau. Also, weil das ist ja jetzt wirklich hier eine originäre Data-Science-Aufgabe. Ich brauche diese Daten, ich brauche die Labels und dann muss ich das Ganze dann auch rein trainieren. Das geht nicht einfach so. Da gibt es jetzt nicht den einfachen Mechanismus und das muss man natürlich dann auch mal wieder, also muss eigentlich das Sprachmodell weiterentwickeln. Vollkommen richtig. Also das, was OpenAI gemacht hat, da würde man jetzt aufsetzen mit einem spezialisierten Datensatz. Aber man müsste wirklich das Modell weiterentwickeln. Das wäre Fine-Tuning. Genau. Also da gibt es natürlich einige Herausforderungen. Man braucht erstmal die Infrastruktur dafür, die Ressourcen. Man spricht hier ja von auch Rechenkapazität, die man an der Stelle braucht. Ja. Dann der Aufwand, die Daten vorzubereiten an der Stelle, das Modell nachzutrainieren. Das sind natürlich alles Kosten, die da rangehoben sind. Ja, das macht man auch nicht mit dem PC, der im Büro steht, sondern dann kommen diese GPU-Cluster dann ins Spiel. Ja. Also Nvidia, die sich ja momentan sehr freuen, dass alle ordentlich Sprachmodelle trainieren, weil man da unglaublich viel Rechenpower auch braucht. Und gerade diese GPUs da ganz wesentlich sind, weil die einfach da einfach leistungsfähiger sind, gerade was diese Art des Trainierens angeht. Vollkommen richtig. Okay. Heißt aber nicht, dass man es nicht machen müsste oder sollte. Also es ist halt einfach nur, da muss einem klar sein. Also ein Fine-Tuning von einem Sprachmodell, auch wenn es dann mir gehört und meine Daten sind, das mache ich nicht einfach mal so. Sondern da muss ich schon eine gewisse Kompetenz in Data Science auch aufbauen, um das zu tun. Ja, genau. So kann man das zusammenfassen. Und jetzt hast du Rack angesprochen. Genau. Das ist die zweite Alternative, die man da angehen kann. Weil im Grunde geht es darum, wir möchten irgendwie Unternehmenswissen mit einbinden und zugänglich machen. Und so eine übliche Rack-Pipeline besteht halt daraus, dass man auf der einen Seite das generierende Sprachmodell hat. Natürlich. Das kann dann halt ein GPT sein, LAMA-3, das kann man auf-premise betreiben, wenn man besonders hohe Ansprüche an seinen Datenschutz hat. Aber dann noch ein Suchteil, ein Retrieval-Teil, der im Endeffekt dann auf Basis einer vordefinierten Datenbank, die das Unternehmen diesem Modell bereitstellt, Informationen zugänglich machen kann. Das können unter anderem APIs sein, also programmierbare Endzellen von deinen Programmen. Das kann dann, das können Engineering. Das können als Beispiel, wenn ich jetzt als Unternehmen eine Datenbank eh schon habe, die pflege ich, dass mein Beispiel zum Beispiel meine Servicefälle aus dem Feld heraus, die habe ich in einer Datenbank abgespeichert, könnte ich die relativ unproblematisch anbinden. Ja. Ich müsste sie nicht trainieren, was ja Aufwand wäre, sondern ich könnte einfach eine Schnittstelle dazu machen. Vollkommen richtig. Das können meine Engineering-Tools sein, das können irgendwelche SQL-Datenbanken sein, etc. Und man kann natürlich auch auf grundlegend im Endeffekt einfach Ordner freigeben. Wenn man in diesem Microsoft-Kosmos verordnet sind, zum Beispiel seinen SharePoint könnte man anbinden. Man kann einfach Ablagen voller PDFs einbinden und hier dann halt unstrukturierte Daten wie solche sprachlichen Dokumente einfach durchsuchbar machen. Und das passiert üblicherweise, indem man erst ein Indexing durchführt quasi, anschließend die Anfrage an seinen Sprachmutter schickt. Dieses formuliert halt die Anfrage an die eigentlichen Suchalgorithmus oder Sucheinheit, die durchsucht meine Datenbank, bekommt die Ergebnisse und formuliert daraus dann die Antwort. Um das jetzt mal ein kleines bisschen plastisch zu machen, an einem Beispiel könnte man sich zum Beispiel vorstellen, man hat einen Anwender, der kommuniziert mit seinem Chatbot und der stellt sich die Frage, wie kann ich in meinem Unternehmen Urlaubstage beantragen? Üblicherweise ist das irgendwo tief auf einem Laufenwerk abgelegt. Jeder hat schon mal gehört, wo das liegt, aber jetzt genau wissen ist schwierig an der Stelle. Und dementsprechend tippt er jetzt diese Anfrage in sein Chatinterface, sein Unternehmenssprachmodell bzw. Chatbot ein. Dieser formuliert eben die Anfrage an den Retriever, die Sucheinheit, findet dann in der Unternehmensdatenbank eine PDF, die relevant ist. In diesem PDF-Dokument wird es dann einen Abschnitt geben, der eben diese Information enthält. Zum Beispiel steht drin, hier bitte melde dich bei der HR-Abteilung und reiche da Dokument XY ein. Das wird natürlich zurückgespielt an das Sprachmodell, üblicherweise zusammengefasst, weil man möchte sicher nicht das gesamte Dokument durchlesen, sondern eigentlich nur diese Kerninformation haben, bei welcher Abteilung muss ich melden und welches Dokument muss ich ausfüllen dafür. Und besonders interessant wird es dann, wenn wir auch hier konkret Dokumente zitieren können bzw. auf Ablageorte verweisen. Weil man dadurch diese Unsicherheit daraus nimmt, ob man diesen Daten an der Stelle vertrauen kann. Weil man kennt es ja, das Thema Halluzinationen von Sprachmodellen, sind jetzt die Informationen, die ich da rausbekomme, wirklich echt? Sind die irgendwie zusammengereimt, weil die einfach die höchste Wahrscheinlichkeit jetzt hatten durch das Allgemeinwissen, was da vortrainiert ist? Oder sind das wirklich Informationen, die sich auf mein Unternehmen beziehen? Und genau damit können wir also zeigen, okay, das ist die Zusammenfassung, die ist einfach zu erkennen und zu verarbeiten durch den Menschen in dieser sprachlichen Form. Und die direkte Überprüfung. Also ich glaube, das ist wichtig, den Leuten zu erklären, man hört immer so das Thema Halluzinationen und dergleichen. Aber um es ganz beeinfacht zu sagen, also diese Sprachmodelle geben immer ein Ergebnis aus. Ja. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, sie geben es erstmal dann so aus. Und wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie gering ist, dann merkt man es wahrscheinlich schon, weil dann ist es etwas, was halt einfach nicht richtig ist. Aber es wird nicht, das hat man neulich auch, Eike Hüllermeyer war neulich ja zu Besuch, der auch gesagt hat, da scheitert es momentan auch dran. Ein Mensch würde irgendwann sagen, ich fühle mich unsicher mit dieser Frage, ich weiß es nicht genau und so. Und das können die Systeme in dieser Art und Weise nicht momentan. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man eine sehr gute Datenqualität hat und auch es irgendwie nachvollziehen kann, auf was es sich zumindest bezieht. Auch wenn man nicht genau nachvollziehen kann, wie es das dann gefunden hat dergleichen. Und das geht eben sehr gut mit der Technologie. Also überall, wo ich schon einen guten Datenstamm habe, kann ich mit RACs relativ einfach auch mit einem bestehenden Sprachmodell, was ich eben nicht großartig verändern müsste, relativ weit kommen. Vollkommen richtig. Use Case hast du so gesagt, ich habe neulich hier von einem Projekt, was wir gerade momentan machen bei dem Maschinenanlagenbau, wo es um das Thema Servicegeschäft eben geht. Wo es eigentlich ein ähnlicher Fall ist, wo die Serviceparameter werden oder Fälle werden einfach dokumentiert in einer Datenbank. Und wenn der Servicetechniker reingeht, der muss normalerweise dann immer das Formular ausfüllen, wenn er es denn ausfüllt, wann er es denn ausfüllt. Weil wenn er fertig ist, packt er alles zusammen und geht weiter oder sie. Und dann muss das eingepflegt werden, abgelegt werden und ein Prozess mit gewissen Unsicherheiten. Und was natürlich bei sowas denkbar wäre, dass die Datenbank sich zum Beispiel dann auch durch eine Sprachrückgabe befüllt. Also der Servicetechniker sagt einfach nur währenddessen oder auf dem Rückweg, was hat er gemacht, welche Fälle hat er identifiziert, das wird abgespeichert. Und dann kann das System wiederum auch lernen, was ist da eigentlich passiert. Und für den nächsten Servicefall vielleicht eine bessere Anleitung oder auch schon vorher sagen, was vermutlich dann der Fehler ist. Und das sind alles so Dinge, ich glaube, da kann man über viel nachdenken, was tatsächlich heute schon umsetzbar ist. Ich glaube, du sprichst da zwei wichtige Punkte an. Einmal der Vorteil von Rack gegenüber Feintuning nochmal, dass wir die Datengrundlage kontinuierlich erweitern können. Genau. Und das ohne großen Aufwand, weil man muss sich halt nur um die Datenbank kümmern an der Stelle und das Sprachmodell bleibt gleich, während wir beim Feintuning tatsächlich mit jeder End- oder jedes Mal anpassen. Neu trainieren müssten und das ist natürlich dann ein kleines Problem mit der Aktualität des Modells. Und der große Vorteil von Sprachmodellen ist ja, dass sie möglichst natürlich sprachlich mit uns interagieren. Und das ist ja der wichtige Punkt daran. Sie sind einfach extrem niederschwellig und das, was du da schon gesagt hast, wir können Speech-to-Text transformieren. Wir können aus diesem Text anschließend Zusammenfassungen erstellen, diese direkt in Reports überführen, weil wir da gegebenenfalls dann schon mal das vorgepromptet haben. Wir haben eine feste Struktur für unser Dokument, unseren Report üblicherweise und aus dieser Spracheingabe dann automatisiert diesen Report erstellen, ablegen und anschließend dann wieder zugänglich machen. Über unsere Rack-Pipeline. Das, was du ansprichst, ist ja genau diese Multimodalität. Das ist ja diesem Vorteil, dass ich auf verschiedenen Arten sprechen kann. Und deswegen sagen wir auch mal, im Prinzip kriegt man da eigentlich einen super Assistenten oder Assistentin an die Seite gestellt, um eben Aufgaben möglichst natürlich für uns Menschen abzuarbeiten. SQL-Abstrage, die kann so oder so sein. Also die kann auch sehr speziell sein. Und das will man den Leuten eigentlich nicht mehr antun. Da helfen diese Technologien unglaublich gut. Was würdest du denn momentan sagen, sind so spannende Einsatzpotenziale im Engineering von solchen Technologien? Beschäftigst du dich im Rahmen deiner Promotion ja auch damit? Was würdest du sagen, wäre so echt, das ist momentan glaube ich etwas, was total spannend ist oder auch womit du dich sehr stark beschäftigst. Kannst du uns gerne mal so einen Einblick geben? Also grundsätzlich ist es bei uns, gerade im MBS-E ja auch besonders so, dass wir mit vielen Texten arbeiten. Und da sind natürlich die Sprachmodelle besonders hilfreich, weil die es jetzt erstmal, sage ich jetzt mal, ermöglichen, auf jeden Fall auf der Skala, diese Engineering-Dokumente verarbeitbar zu machen. Anforderungsliste. Anforderungsliste. Anforderungen, Anforderungen, Lastenhefte, was du vom Kunden bekommst, was du wieder an die Zulieferer weitergibst. Und MBS-E muss man glaube ich kurz erklären, Model-Based Systems Engineering, also modellgestützt, Unterstützung dieses ganzen Entwicklungsprozesses. Und diese Dokumente, das ist natürlich super, da funktioniert das ja glaube ich sehr gut. Ich habe neulich mit den Kollegen gesagt, also ich glaube hier Systems Engineering wird einen massiven Boost bekommen eigentlich durch das ganze Thema, weil wir das, was ja auch die Menschen unglaublich ungerne tun, nämlich dokumentieren, dann auch die Pflege von Dokumentationen, noch das Nachziehen und das Transparenz machen und die Verlinkungen zwischen Anforderungen und Modellelementen, alles was man ja eigentlich machen muss, gerade wenn es ein komplexes System ist, das machen wir Menschen einfach unglaublich. Ungerde. Und nicht konsequent genug und da haben die Systeme ja genau ihre Stärke, dass diese Durchgängigkeit sichergestellt werden kann. Genau, ich sehe ein ganz großes Potenzial darin, diese unstrukturierten Daten in eine strukturierte Form zu überführen und dementsprechend dann ja besser zu dokumentieren. Ja, sehr schön. Du bist von Haus aus kein KI-Labs, kann man glaube ich auch sagen. Ja, definitiv. Du hast auch nicht Informatik studiert, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie bist du eigentlich auf das Thema KI, was bist du vom Background, wie bist du eigentlich auf das Thema KI gekommen und beschäftigst dich jetzt sogar im Rahmen einer Promotion mit unserer Ausarbeitung dieser ganzen Themen und jeden Tag mit Sprachmodellen zu arbeiten? Ja, ich habe ja wirklich eigentlich einen Background in dieser harten Mechanik-Konstruktionswelt. Ich habe eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner gemacht und dementsprechend vor allen Dingen voll zum CAD-System gesessen und dann halt Zeichnungen erstellt und Konstruktion. Und bin anschließend in mein Studium gegangen, Maschinenbau, genau, dementsprechend ja nicht ganz natürlich mit dieser Informatik verbunden, habe mich dann aber im Zuge meines Studiums weiter in diese Richtung vertieft, weil erst hat es angefangen mit Festigkeitsberechnung und habe dann festgestellt, dass ich im Kontext meiner Studienarbeit, tatsächlich sogar schon in der Bachelorarbeit, habe ich das erste Mal mit generativen Lösungen gearbeitet, um Topologieoptimierung für, ja, Rotor-Einheiten war es damals, durchzuführen. Ja, das ist ein gutes Ingenieurwissenschaftliches Problem. Genau. Da vor allen Dingen dann halt mit der Interaktion dieses Engineering Tools zur Optimierung an der Stelle. Anschließend in meiner Studienarbeit habe ich dann tatsächlich selbst an einem Optimierungsalgorithmus gearbeitet, zum Optimieren von so Hybridstrukturen. Da war dann quasi mein erster Anknüpfungspunkt oder Kontaktpunkt mit Machine Learning, weil wir das genutzt haben, um das Materialverhalten abzubilden an der Stelle. Und das fand ich super interessant und habe da schon das Potenzial gesehen, diese Machine Learning Algorithmen natürlich weiter im Engineering anzuwenden, weil das sind natürlich vor allen Dingen Algorithmen, die dieses Entwickeln unterstützen und da dann teilweise auch bessere numerische Lösungen an der Stelle bieten. Und habe im Kontext meiner Masterarbeit dann einen Warmformprozess untersucht und da im Endeffekt Anomalie-Detektionen mittels Machine Learning betrieben und prädiziert, ob halt diese Warmformbleche am Ende potenziell defekt sind oder nicht. Und das habe ich gemeinsam mit dem Fraunhofer IM durchgeführt. Und dementsprechend bin ich natürlich auch hier hingekommen, weil ich fand das einfach ein super spannendes Thema und habe mich auch am Ende meines Masters umgeguckt und eine Position oder einen Job gesucht, der irgendwo auf dieser Schnittmenge zwischen künstlicher Intelligenz und der Produktentwicklung liegt. Und tatsächlich war das hier die reizvollste Stellenausschreibung und bin somit. Ja, da sind wir natürlich froh drüber und hat nochmal gute Einblicke gegeben, dass man nicht, bloß weil man nicht Informatik studiert hat, sich nicht mit dem Thema Gen AI und vor allem mit den Use Cases und der technischen Umsetzung zuntersetzen kann. Weil ich glaube, da ist ja das große Potenzial jetzt auch in Deutschland. Viele dieser Technologien sind grundsätzlich vorhanden, sind nicht alle verstanden, das haben wir hier auch schon beleuchtet. Aber die Aufgabe von unseren Ingenieuren ist jetzt, daraus Nutzen zu stiften und das Ganze auch in irgendeiner brauchbaren Lösung für die Universität zu bekommen. Wärst du jetzt ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens im Ingenieuren-Bereich, also Maschinenanlagenbauer, Pumpenhersteller, wir können nehmen, was wir wollen. Ja. Wie würdest du vorgehen, wenn du das Thema Gen AI bei dir wirklich strategisch positionieren möchtest? Es ist natürlich ganz wichtig, die Leute von Anfang an mit ins Boot zu wollen und da sicherzustellen, dass es da keine Widerstände im Unternehmen gibt. Also ich würde erst mal versuchen, eine Potenzialanalyse durchzuführen, zu gucken, okay, wo bestehen denn überhaupt Bedarfe bei uns im Unternehmen? Was lässt sich überhaupt umsetzen? Vielleicht ist das sogar der nachgelagerte Prozess. Erst mal, wo besteht besonders großer Bedarf? Und das dann zusammenzutragen und anschließend zu analysieren, was ist davon mit überschaubarem Aufwand realisierbar an der Stelle und bietet möglicherweise auch einen besonders hohen Mehrwert. Und das wären dann vielleicht einzelne, ja, kleine Use Cases, die ich mir da aussuchen würde an der Stelle, um erst mal zu gucken, okay, wie arbeiten meine Mitarbeiter mit diesem System? Was ist deren Feedback? Gibt hoffentlich dann auch schon positives Feedback, um direkt Erfolge zu zeigen und zu zeigen, ja, hier, das unterstützt wirklich euch im Alltag und das bringt auch Mehrwert, von dem ihr unmittelbar profitiert an der Stelle. Absolut. Und wie gesagt, die Use Cases gehen ja von bis, also es können in Engineering-Tätigkeiten sein, das kann in administrativen Prozessen sein und ich glaube, man muss sich erst mal mit dem Thema beschäftigen und auch mal ein bisschen was gemacht haben, um dann, bevor man die Entscheidung trifft, auf welchem Basis, Sprachmodell, Foundation-Modell baue ich jetzt meine Unternehmens-IT auf, weil das ist natürlich ein ganz anderer Schritt, den man da nochmal gehen müsste. Und dafür muss man natürlich auch sich beschäftigen, da führt irgendwie kein Weg dran vorbei, es auszuprobieren und zu tun. Ich glaube, nichts darüber zu philosophieren. Der Einstieg in diese Branche ist auch deutlich einfacher geworden durch die Sprachmodelle, vor allen Dingen auch durch die einfache Nutzbarkeit dieser Sprachmodelle. Ja, wir haben hier lauter Leute, die programmieren, die nicht programmieren können. Genau, und das war halt vor einigen Jahren noch anders, wenn du da jemanden haben wolltest, der für dich eine Machine Learning Anwendung implementiert, das war deutlich schwieriger, als jetzt einfach mal zu starten, auszuprobieren und für sich selbst Erfahrungen zu sammeln auf diesem Thema. Und da es die Leute ja auch nicht gibt, kann man da glaube ich ganz gut auch die eigenen Leute dort noch entwickeln. Genau. In solche Richtungen, die tatsächlich dann einfach mehr Verständnis haben von den Prozessen, was ja ganz wichtig ist und auch innerhalb des Unternehmens, was man verbessern und abbilden möchte. Ich glaube, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Dieses Prozesswissen und natürlich dieses interne Unternehmenswissen natürlich ganz wichtig, um maßgeschneiderte Lösungen zu bauen, weil diese Programmierfähigkeit natürlich so ein kleines bisschen in den Hintergrund rückt. Man kann natürlich auch GPT als Co-Pilot nutzen, um halt seine beliebige Programmiersprache dann weiter zu entwickeln und damit seine eigenen Anwendungen zu bauen an der Stelle. Aber man braucht natürlich ganz, ganz tiefe Einblicke in die einzelnen Unternehmensprozesse, um dann da die Lösungen zu entwickeln. Vielen Dank Fabian für das Gespräch heute. Ich hoffe, ihr habt das auch genossen, mal so ein Einblick in das Gespräch zwischen Doktorand und Doktorvater. Ich denke, das hoffen wir, dass es dann irgendwann soweit kommt, aber ich glaube, ein guter Ding ist in Abstimmung und freue mich dann einfach aufs nächste Mal. Ciao.